Oh Gott, oh Gott, hier. Das RTL-Dschungelcamp. Der grün gewachsene TV-Zirkus, wo sich die ganzen Abwrack-Babys und Fickflöten schön zum Affen machen. Da man wahrscheinlich noch selber von dem echten Affen ausgelacht werden. Ja, sicher. Aber das ist ja klar, normale Dussel kriegt RTL da nicht rein. Warum? Na, weil jeder Normalo wie du und, ja, du, im Büro scheiße fressen muss. Jeden Tag. Für uns wäre da so ein zartgebratener Känguruhoden mal eine nette Abwechslung, ne? Die ganzen Kaviar-Clowns und Champagner-Schlampen machen ja einen auf Möchtegermomi, ne? Aber ohne mich. Wenn du dich einmal auf dem Büro-Dschungel eingelassen hast, ne? Ja, dann ist doch das Dschungelcamp für dich wie ein australisches Ferienlager-Samm voll bangen, so ein Eimer.